Die Copa Sudamericana 2015 ist die 14. Ausspielung des nach der Copa Libertadores zweitwichtigsten südamerikanischen Fußballwettbewerbs für Vereinsmannschaften, der aufgrund des Sponsorings des französischen Mineralöl-Unternehmens Total seit 2013 auch unter der Bezeichnung Copa Total Sudamericana firmiert. Es nehmen wie im Vorjahr 47 Mannschaften aus den 10 Mitgliedsverbänden der Conmebol, einschließlich Titelverteidiger, circa River Plate, teil. Argentinien stellt wie gehabt 7 und Brasilien 8 Teilnehmer, die übrigen 8 Länder jeweils 4 Teilnehmer am Wettbewerb. Dieser wird wie bisher in der zweiten Jahreshälfte ausgespielt. Modus Wie im Vorjahr gibt es vor dem Achtelfinale wieder zwei Runden. In der 1. Runde starten die acht Länder mit ihren jeweils vier Mannschaften. Die Teilnehmer aus Argentinien und Brasilien stoßen erst in der 2. Runde dazu, wobei die Teams beider Länder jeweils gegeneinander spielen. Titelverteidiger circa River Plate hat ein Freilos für das Achtelfinale. Der Wettbewerb wird auch wie gehabt von der 1. Runde bis zum Finale im Rhein-Ko-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Bei Punkt- und Torgleichheit gilt die Auswärtstorregel. Erste auch die Zahl der auswärts erzielten Tore gleich folgt im Anschluss an das Rückspiel unmittelbar ein Elfmeterschießen. Im Finale gilt die Auswärtstorregel nicht. Erste dort nach Hin- und Rückspiel die Tordifferenz gleich gibt es eine Verlängerung und erst danach gegebenenfalls ein Elfmeterschießen gegeben. Erste Runde Teilnehmer sind je vier Mannschaften aus acht Ländern Südamerikas, mit Ausnahme der Teams aus Argentinien und Brasilien. Die Hinspiele fanden zwischen dem Elf- und 13. August die Rückspiele zwischen dem 18. und 20. August 2015 statt. Zweite Runde Für die 2. Runde qualifizierten sich die 16 Sieger der 1. Runde sowie die sechs Mannschaften aus Argentinien und acht Mannschaften aus Brasilien. Wobei die Klubs aus diesen beiden Ländern jeweils separat gegeneinander antraten. Die Hinspiele fanden am 26. und 27. August die Rückspiele zwischen dem 15. und 17. September 2015 statt. Achtelfinale Für das Achtelfinale qualifizierten sich die 15 Sieger der 2. Runde und Titelverteidiger circa River Plate. Die Hinspiele fanden zwischen dem 22. und 24. September die Rückspiele zwischen dem 29. September und 1. Oktober 2015 statt. Viertelfinale Die Hinspiele fanden zwischen dem 20. und 22. Oktober die Rückspiele zwischen dem 27. und 29. Oktober 2015 statt. Halbfinale Die Hinspiele wurden am 4. und 5. November ausgetragen und die Rückspiele am 25. und 26. November Finale Hinspiel-Rückspiel-Beste Torschützen Nachfolgend sind die besten Torschützen der Copa Sudamericana 2015 aufgeführt. Sie sind zunächst nach Anzahl ihrer Treffer bei gleicher Torzahl alphabetisch sortiert. Fettgesetzte Spieler befinden sich noch im Wettbewerb. Siehe auch Siehe auch Copa Libertadores 2015 Mutti Games Menard Westphi W48 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 Wuru W48